hallo und willkommen auf meinem kanal sieben tage gaming ich bin der stefan und wir sind heute wieder im spiel escape from tarkov heute mal auf einem ganz neuen terror und zwar auf der map streets of tarkov ich habe mehrere requests offen ich habe einen schlüssel gekauft für die tierklinik ich kenne mich also hier auf der map überhaupt nicht aus und deswegen müssen wir jetzt mal schauen wo wir überhaupt hin müssen jetzt hier erst einmal irgendwo rein dass ich wollen ein bisschen in deckung bin weiß ja nicht was hier alles kommt und dann schauen wir mal ich brauche nämlich ich schaue mal auf die map ich brauche die tierklinik wir sind da oben und ich müsste klinik müsste darunter das heißt diese richtung diese richtung müssten wir schauen wir mal wie weit das wo kommen wie gesagt ich habe mich auf der map überhaupt nicht aus ist komplett neu für mich hier wird schon geschossen den einen hätten wir schon mal sind hier noch mehr ich sehe keinen warten wir mal bis er kommt nachladen nachladen Ich denke mal das war der Schreihals. Schauen wir mal rein. So wir müssen irgendwie diese Richtung hier. So. 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 Ich glaube ich lauf mal darüber. Das Gelände mag ich nicht so. Ich weiß auch nicht wo die Scharfschützen hier sind. Da liegt einer. So. 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 hier rein wir müssen vorne war doch ein licht es wäre wir kommen hier geht es rein wo sind wir denn jetzt jemand ist da vorne hier liegt wir müssen auf alle fälle da runter ja auch so ein gut brauche ich noch ja das ist Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss jetzt wirklich mal schauen bei den Aufgaben. Das war's für heute. Thetische Medizin war's, oder? Nee. Veterinär Medizin. Hier geht's ganz schön rund. Das war's für heute. Das war's für heute. Uh. Uh. Noch einer. No. 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 ich glaube ich muss hier rein wenn ich hier richtig ja ich weiß bloß nicht was ich hier finden soll hier gibt es nix irgendwelche dokumente und die 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 gehen wir mal nach oben hier abgeschlossen so veterinärmediziner müssen da hoch hmm Das war's für heute. 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 Ich glaube, ich bin im falschen Raum auf alle Fälle. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielleicht, wenn ich hier draußen bin. Das war's für heute. 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 Jetzt muss ich hier rein. Jetzt muss ich hier rein. Wir sehen uns. erst mal nachladen und dann schauen wir mal heute vor uns jetzt vielleicht doch dieses gebäude hier sein es läuft einer wir kommen nicht weiter das ist er nicht so Ja. sieht schon besser aus hier sieht noch ein röntgenzimmer aus wir haben es so schauen wir mal bei den aufgaben überlebe und entkomme aus dem bereich haben wir denn noch für eine zeit 19 minuten absturzstelle 329 dann sollten wir uns langsam auf den weg machen essen essen und trinken haben wir genügend dabei und nehmen wir mal so jetzt sind wir wieder gut dabei den nehmen wir noch mit absturzstelle dahinter so 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 Okay, hier ist jemand. Hier kommt noch einer. So, wir müssen 100 Meter diese Richtung. Er wollte blindern die Sau, ne? Hier gibt es nichts. Oh, hier liegen mehrere Leichen. Ist schon geblendet. Ja. Das war's für heute. nicht die cola flasche die kann man eigentlich noch trinken whisky und den nehmen wir mit den brauchen wir für ein quest wir müssen zu der abstand stelle die ich nicht kenne man kann man kann mich nicht durch durch warum komme ich jetzt hier eintreten also hier kommen wir nicht weiter vielleicht ne der springt da drüber auch nicht rein da geht es vielleicht durch ne und 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 ich werde ich das haus 400 meter fertig das haus ich werde ich das hausse Hier kommen wir auch nicht durch. Wir müssen hier auf die hauptstraße umgehen. Wir müssen hier auf die hauptstraße umgehen. Wir müssen da hin, da beschädigt das Haus. Wir müssen hier auf die hauptstraße umgehen. Wir müssen hier auf die hauptstraße umgehen. Wir müssen hier auf die hauptstraße umgehen. Ja, wenn man sich nicht auskennt auf der Map, ne? Hier liegt das Haus, 100 Meter. Wir müssen hier auf die hauptstraße umgehen. 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 Das ist irgendwo hier sein. Wir müssen hier auf die hauptstraße umgehen. So, für mich war es eine spannende Runde, weil die Map ziemlich neu für mich ist. Wir haben 6500. Ein bisschen was haben wir ja ergattert. Sehr schön. So. Ein bisschen was haben wir mit rausgeholt. Und ich würde sagen, wir gehen als allererstes mal zu den Händlern. Therapist, Aufgaben. Und das hier wäre erledigt. 8000. Gut, und wir haben was Neues. Ich finde die erste Apotheke, die zweite Apotheke, die dritte Apotheke. Alle Streets of Tarkov. Okay, wir gehen nochmal zu den Möglichkeiten. So sieht es aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Servus.